Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Random Game Facts. Heute geht es um Erno Rubik, der Erfinder des Zauberwürfels, also des Rubik-Cubes. Der hat ihn selber erstellt. Übrigens, dieser Zauberwürfel hat über 43 Trillionen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. 1974 gelang ihm auf jeden Fall damit ein kommerzieller Wahnsinnserfolg. Aber das Lustige daran ist, der hatte einfach einen Würfel geschaffen mit Farbauklebern drauf und hat angefangen daran rumzudrehen. Und irgendwann saß er da und dachte, oh mein Gott, was habe ich hier geschaffen? Und hat versucht, es wieder zurückzubauen, sozusagen. Und er hat über einen Monat gebraucht, um den Würfel wieder in die Ausgangssituation zu bringen. Das war Random Game Facts. Liken und folgen für mehr. Bis zum nächsten Mal.